Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis Feedback-at-heute.at Erneuter Angriff auf einen Zug in Sankt. André Wördern, Tulln, wieder ging ein Scheibe zu Bruch. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Der Steinwurf auf den Zug vor einer Woche. Bild, Leserreporter, ein Aussie Erst vor einer Woche hatte ein unbekannter Täter einen Stein auf einen abfahrenden Regionalzug am Bahnhof Sankt. André Wördern, Bezirk Tulln, geworfen, heute, berichtete. Am Mittwoch, gegen 16 Uhr, kam es zu einem ganz ähnlichen Vorfall, wieder ein lautes Krachen, die Scheibe eines Zuges wurde beschädigt. Vermutlich wieder ein Stein, aber das können wir noch nicht fix sagen, berichtete ein Ermittler gegenüber, heute. Die Erhebungen der Exekutive nach dem zweiten Anschlag in Sankt. André Wördern binnen einer Woche laufen. Punkt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, lai. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen. Gut. Gut. Wir sehen uns gleich wieder. Gut. 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 Gut.